Hi, wir sind Tonart, ein junger Chor mit 30 Sängerinnen und Sänger aus dem Chorhaus St. Michael Dormagen. Und wir machen zum Beispiel sowas. Oder sowas. Oder sowas. Das letzte halbe Jahr war für alle und damit auch für uns als Chor eine große Herausforderung. Erst konnten wir gar nicht proben und dann sahen die Proben ungefähr so aus. Was? Ich verstehe dich nicht. Was hast du gesagt? Du musst lauter sprechen. Unser eigentliches Konzert im August diesen Jahres war Loving Acoustic. Das mussten wir leider absagen wegen Corona. Unser neues Konzept heißt Loving Acoustic Indoor und soll im März 2021 stattfinden. Zusammen mit dem Vokalensemble Room One aus Köln. Wir freuen uns, endlich wieder gemeinsam musizieren zu können. Wir haben ein gutes Hygienekonzept. Aber Abstand. Leider können wir nur 15% der Sitzplätze besetzen. Dadurch fehlen uns eine Menge Einnahmen, um Band, Saal, Technik und unser Gastensemble bezahlen zu können. Und jetzt seid ihr gefragt. Unter diesem Link hier findet ihr unser Crowdfunding und jeder Euro zählt. Wir brauchen dich. Und dich. Und dich. Wir brauchen euch.